Unser Verständnis von Work Together basiert auf Vertrauen. Es ist eine Grundvoraussetzung unseres Handelns und der Erfolg für unsere Zusammenarbeit. Uns ist bewusst, dass Vertrauen schwer gewonnen wird und leicht zerbrechen kann. Aber ein vertrauensvolles Miteinander vereint uns und bringt uns voran, die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Das sehen wir bei unseren Mitarbeitern und auch bei unseren Geschäftspartnern.